Kurzbrech-Würg! Seriously! Kurzbrech-Würg! Das ist doch schon ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Verzeiht mir bitte. Moment, Card Key, ich probiere das mit dir jetzt auch schon draus. Ja, aber... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gott, dammit! Kurz mal, Lurien sind auf Lamep. Keine Hilfestellung hier. Card Key, ich geb euch Card Key! Oh, was ist das denn da leuchtet? Ja, ich will die Switch, bitte. Ach, das ist so ein blödes Rätsel. Oh! Nicht so gut! Ach, jetzt ist der da hinten auch aus. Okay, jetzt haben wir den aus. Eh, du sollst! Hm, hat sich ja nicht wirklich... Aha! Ah! Yes! Please! Taus bin sie... Security... Halt! Ja und? Haha! Das hab ich immer noch so blöd! Das Ding da! Keine Ahnung wohin damit! Geht's aber! Immerhin, es ist jetzt offen! Will ich nochmal speichern? Nääääh! Aber ich nehm mir noch ein Hulkhaut mit! Hä? Eins! Fünfzehn! Magnum brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir! Systemdisk Facility Key Brauchen wir jetzt nicht! Ich denke, ich weiß, was passiert! Und ich finde das nicht lustig! Das war mal den Englisch! Leg' mir auf den Arsch! Okay, Schnucki! Komm schon! Komm schon! Wenn das hier hinter war, was ich nicht hoffe! Oh! Oh! I know! Exactly! Systemdisk! Nein! Die sind bei den Käse auch mal los! Und genau jetzt... Passiert's! Und wir können nicht noch abspeichern! Okay! Und da ist unsere Schönheit! Hi großer! Da schmeckt dir die Säure! Ja! Wenn ihn das mal umhauen würde, was es im Übrigen nicht tut! Oh ne 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 ne! Lang schon! Kommen die und kommen die young! Hefenn! Komm her, komm her, komm her! Oh jetzt krieg ich erst mal ne Dusche! Schnell, alles mögliche, weil so lange er hockt Wie, das geht nicht? Will er mich verarschen? Na also Ey, der hat den Kopf verloren Heiliges Kanone Der hat aber auch Munition gefressen Ja, da ist die Card Key Hat der nicht noch irgendwas für uns? Nein, hat er nicht, gut Wo ist der Typ? Da Umbrella Card, wusste ich doch Card Key Reader Nichts wie raus hier Ich wusste, dass da noch was kommt Ach, nehmen wir das geilste Hintergrundslied Ja, ein bisschen confirmed Aber wir haben gott Wieso geht das nicht? Muss ich da echt die normale Knarre für benutzen? Also in dem ist es 18 Schuss Magnum-Schüsse Leckt mich, ihr Kack-Zombies War das nicht in Teil 2 auch? Als die Nackten auftauchten, war das Spiel fast durch Und wir sind ja so kurz vorm Ende Aber ich werde trotzdem speichern Und die Kanone nochmal switchen Hm, wir haben eine Card Reader Okay, die Knarre kommt mir eindeutig weg Ich meine, sie ist nicht schlecht Aber wir brauchen sie nicht Wo ist denn jetzt dieses blöde? Die, genau das Mal speichern Ganz schnell Und jetzt die Inkurie-Bones wieder weg Sollen wir die Schrotflint weiter mitnehmen? Ich glaube, wir lassen die nochmal Ich habe so viele Granaten Ach, egal Wer weiß, wann wir die noch brauchen Aber die Schrote hat uns ja bisher Einen ganz guten Dienst erwiesen Aber ich möchte trotzdem erst Den Aufzug hier benutzen Weil der ist bestimmt nicht von ungefähr da Weil da, wo Nikolai vorhin hingegangen ist Aha Okay, Granaten Das ist kein gutes Zeichen Mit der Granatik Mit der Granatik Tiny Slotter Platt Ich brauchte den Schlüssel Gut, dass hier kein Timer läuft Den Timer hatten wir schon Gegen Nemesis Aber Gott sei Dank hatten wir Magnum Weil Magnum 41 Granat noch Wenn es weiter nichts ist Halt, halt, halt So viel Heilmittel brauchen wir jetzt auch nicht mehr Zumindest in this very moment Später aber wieder Wenn es so Finale zugeht Ja, ja, ja Dum, dum Hoffentlich können wir das Ding jetzt diskaden Ja, Halleluja Oh, Mama hat auf dich gewartet Mama, weil wir spielen eine Frau Und hätte ich Papa gesagt Zumindest haben wir einen Rocket Launcher Ich glaube, wir werden jetzt mal schwere Geschütze auffahren Die Abweilerkarte brauchen wir auf jeden Fall noch Okay Wollen wir uns jetzt mal Ausrüst Tja, das passt doch schon Obwohl ich glaube, die normale Pumpe nehmen wir trotzdem mit Wo brauchen wir das denn alles? Weil ich brauche auf jeden Fall Heil-Items Das könnt ihr mir glauben Ich weiß nicht, wo ich rede Glaube ich Okay, das passt hier alles Werden wir zwar alles nicht brauchen Die normale Pumpe können wir eigentlich da lassen Ich brauche es aber Falls ja noch irgendwelche Schutzgegner meinen aufzutauchen No longer need Jetzt können wir zum Bleistift auch mal Die normale Puste benutzen Seh nichts So, jetzt aber Die sind kaputt Könnten wir uns jetzt noch ein Heil-Item holen Ich glaube, das machen wir auch gerade noch Ein Heil-Item holen wir uns jetzt gerade noch Sicher ist sicher Weil ich meine hier nach kommt nichts mehr Weil Missile ist im Anflug Und Kommt ja noch Finale Ich glaube es Genau weiß ich es nicht Aber ich denke mit 41 Granaten Einem Raketenwerfer mit 4 Raketen Und noch einer Magnum mit 6 Schuss Und zur Not haben wir noch die Pumpe und die 9mm Ja Ich glaube Sie Ich weiß, warum